Hallo und willkommen zu unserem neuen Video. Diesmal ein Experiment. Ja, so. Und zwar werden wir hier das zum Explodieren bringen, höchstwahrscheinlich. Also dieses Glas haben wir. Wir haben hier ein paar ganz kurze Wunderkerzen. Davon werden wir die jetzt zerbröckeln und hier in das Glas rein. Denn dann werden wir hier ein Loch rein hämmern. Mit einem Nagel oder so. Oder ein Loch rein bohren. Und ja, das sind die Wunderkerzen, die wir klein machen müssen. So ein Pulver. Und ja, dann würde ich mal sagen, Timerafter und los geht's. So Leute, wir haben das jetzt alles zerkleinert, also von den Stangen runter gemacht. Und jetzt müssen wir das mit einem Hammer-Through-Pulver verarbeiten. Also wirklich ein Pulver. Und dann wird das da eingefüllt. Wir machen das jetzt in den Schnelllauf. Und ja, okay. So, wir haben das jetzt zerkleinert. Und ja, jetzt füllen wir das mal rein, wenn es gut geht. Ja, passt gut. Wir werden da noch ein bisschen Watte rein machen, damit das auch gleichmäßig abbrennen wird. Wir haben dieses Video schon mal aufgenommen, allerdings waren das so unsere Anfänge. Und das haben wir dann nicht hochgeladen, denn das Video war einfach richtig schlecht. So, wir haben das jetzt halb voll mit Pulver. Und ja, wir wechseln jetzt die Location. Wir machen noch Watte rein, und dann stecken wir hier eine Wunderkerze rein, also so wie eine Zünftner. Also, ihr werdet es dann schon sehen. Wir sagen es hier einfach. Peace. Yo Leute, wir haben es jetzt. Wir werden uns jetzt anzünden. Also, sozusagen, wir haben jetzt die Kamera ein bisschen weiter weggetan. Also, die Slowmotion-Kamera steht ja hier. Und ich hoffe, jetzt da passiert nichts. Aber naja, ich würde sagen, fahrt, Stamosen, seid duper, ja. Und los geht's. Jetzt sollte halt das Feuerzeug auch gehen. Ja, es geht. Gut, um Sicherheit zu geben. Hoffentlich wird das jetzt kein Fail. Hoffentlich wird das jetzt auch nicht. Hoffentlich wird das jetzt auch nicht. Jo Leute, wir haben es jetzt ein bisschen umändern müssen, also... Leider ein kleiner Fail, wir haben zu viel Watte reingemacht, wir haben jetzt halt den Stand-Prisse... Noch nicht, noch nicht! Ja doch. Okay, dann doch. Ja, wir warten uns halt bis das Ganze wird. Ich werde das gleich diesen Amos-Rasham starten und das wird auf jeden Fall sehr nice werden. Ja, eine kleine Start-Fähigkeit mit dem Feuerzeug wieder. Nee, warte, tu auf Stopp, Stopp, Stopp. Mach ich tun. Scheiße, fang die Balle noch. Ja, voll toll. So, jetzt hat es wieder angefangen. Ich habe es geschafft. Zu brünen. Ja, gut. Ich hoffe, das geht jetzt. Normalerweise müsste es gehen. Aber ich hoffe, wir kriegen den Effekt doch noch mit weniger Watte. Ja. Warte kurz. Warte kurz. Warte kurz. Mach mich. Okay. Okay, starte. Jetzt. Ich hoffe, jetzt... Ja, jetzt geht's. Oh fuck. Ist unter meinem Niveau. Das ist unter meinem Niveau. Das ist unter meinem Niveau. Ja, jetzt geht's. Das ist unter meinem Niveau. Das ist unter meinem Niveau. Das ist unter dem Niveau. стать schreinbar. Das ist unter dem Niveau. Das ist unter dem Niveau. Das wird verrückt. Ich kratze mal die Glute hier runter mit meinem Lieblingsmesser. Leute, also ich glaube mal das ist geglückt, da sind noch die Scherben, oh die sind sehr heiß. Dafür gebt ihr einen fetten Like, Moment. Ja, ich würde sagen das ist sehr gut geglückt. Nach dem vierten Versuch. Ja, Feuerzeug und so und ich würde mal sagen... Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und Peace. Peace! Peace!